Hallo ihr Lieben, ich wollte mich so ganz kurz vor Schluss quasi, vor Ende meines Geburtstages mal bei euch bedanken und zwar für diese unglaublich vielen und tollen, netten Geburtstagswünsche. Also ich habe ja hier jetzt gerade noch über 50 Nachrichten, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich einfach so viele gekriegt habe. Es ist richtig lieb von euch, es sind ganz, ganz viele total süße dabei. Ihr habt Bilder designt, gemalt, ihr habt irgendwie Fotos zusammen gemacht zu einer Collage von mir mit Geburtstagswünschen. Dann waren sogar ein paar Mädels, die haben so ein 12-minütiges Video gemacht mit Geburtstagswünschen. Haben sich so ein paar Leute von verschiedenen Fanseiten zusammengetan, glaube ich. Und es war auch richtig süß, also ich bin echt ganz schön baff, richtig lieb von euch und ganz, ganz toll. Also ich hatte einen richtig schönen Tag, natürlich bestimmt mit eurer Hilfe, durch die ganzen tollen Wünsche. Ich war im Kino, mit meiner Familie essen und alles ganz entspannt. Also ich weiß, viele haben gesagt, ich soll ordentlich feiern, aber mitten in der Woche findet sich nicht so richtig jemand, mit dem man ordentlich feiern gehen kann. Schauspieler und ihr Lotterleben haben es dann ein bisschen leichter. Aber ja, das wird dann alles am Wochenende nachgeholt, wie immer. An meinem Geburtstag ist nämlich immer so ein bisschen Fasching und Karneval und deswegen mache ich das dann immer alles da. Und irgendwann im Sommer oder Frühjahr dann nochmal eine schöne Party. Nur für mich. So, ähm. Ja, also dann vielen, vielen Dank euch allen nochmal. Ich bin jetzt schon fast am Einpennen. Ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr gepostet. Ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht. Ich dachte, demnächst, wortkotze, demnächst gibt es aber wieder mehr. Also, ähm, genau. Ging jetzt alles irgendwie, war so nach der Berlinale. War alles ein bisschen schwierig. Also es ist nicht schwierig, es war einfach, ich habe ja die Agentur gewechselt. Und jetzt ziehe ich auch noch um. Ah! Erste eigene Wohnung. Naja, also auf jeden Fall alles sehr spannend gerade im Moment. Und, ähm, ja. Aber danke, dass ihr immer so toll da seid und unterstützt. Also, danke nochmal und gute Nacht. Tschüss.